Wir tanzen den Walzer-Schritt, vorwärts und rückwärts. So, und jetzt proben wir alle das Engel aus, wir gehen in die Seitwärtsbewegung. Now, let's try the angel together, let's do the sideways step, open up the arm connection, maintain your hand connection, auseinander, zueinander, auseinander, zueinander, away towards it, away towards your partner. So, let's go. So, let's go. So, let's go. Vielen Dank.